«Morgen gibt's Bigob um Kaffee, aber nicht um Kalta.» «So entfaltet der Espresso Premio sein volle und erlesene Espresso-Aroma. Und in dieser Spezialpackung bleibt er wesentlich länger röstfrisch. Mit Garantie.» Wir kommen zum Wettbewerb. «Wie heisst das Produkt, das reinigt und desinfiziert Kalk sofort löst und trotzdem biologisch abbaubar ist?» Und wie immer zum Schluss noch ein Aktionsangebot. Ein Kilo Bananen kostet morgen bei Coop nur 1.75 Franken. «Also, morgen bei Coop. Und vielleicht über morgen auch gleich.»